Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem 12. Steuerberatersymposium am 18. März in der Zeit von 13 bis 17 Uhr in unsere Räume in Nürnberg einladen. Herr Manfred Bayer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wird Sie über alle Bereiche der pauschal dotierten Unterstützungskasse informieren, die von Relevanz sind. Es geht einerseits um die Beurteilung von Modellrechnungen und andererseits um Chancen, Nutzen und Risiken, aber auch Falschdrücke der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Die Agenda entnehmen Sie dem beigefügten Filmbeitrag einer vorherigen Veranstaltung zu diesem Thema. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.